So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein klitzekleines Infovideo. Ich habe jetzt gerade heute Morgen meine Deutschklausur geschrieben und bin jetzt froh, dass ich wieder daheim bin. Ich habe am Texture-Pack ordentlich weitergearbeitet und ich habe ja noch das Dungeons-Pack zusammen mit Shadow gemacht, beziehungsweise machen wir noch. Und da habe ich die Sachen rausgenommen, zum Beispiel den polierten Granit, der sieht jetzt anders aus. Und natürlich hier noch die Schilde, die Flower-Pots mit den verschiedenen Pilzen drin. Und hier die ganzen Waffen. Ich werde nochmal ein extra Video machen zum Minecraft Dungeons-Texture-Pack. Extra, in dem ich zeige, welcher Name welches Schwert macht und welchen Bogen und welchen Crossbow und alles. Ja, und halt das ganze Dungeons-Zeug nochmal extra erklären in dem Video. Dann habe ich hier einmal jetzt für mein Pack, das auf dem Server immer ist, das Kai's Vanilla Tweaks oder Minecraft Tweaks, habe ich jetzt so gemacht, dass ich es veröffentlichen darf. Es ist jetzt keine fremde Textur mehr drin. Ich habe alles zu 100% selber erstellt. Hier die ganzen uschigen Blätter, hier die Blumen sehen jetzt halt wieder scheiße aus, die muss ich halt dann nochmal machen. Ähm, hier bei den Fässern, die sind ja alle selber. Und ich denke, ja, wenn ihr hier regelmäßig die Videos guckt, dann wisst ihr, was abgeht. Die hier muss ich eben noch machen. Sandstein, Sandstein, allgemein, Purpurblöcke, Endstone, auch die Connected Textures, habe ich jetzt ein paar rausgenommen. Ihr seht, was noch funktioniert, sind Stone Bricks. Die Bricks muss ich neu machen, die normalen Nether Bricks, haben wir jetzt beschlossen, dass sie so dunkelrot bleiben und nicht mehr schwarz, weil wir jetzt ja Blackstone bekommen morgen. Muss ich dann eben auch neue überlappende Texturen da machen. Dann, ähm, ja, was habe ich noch? Hier, Cobblestone ist noch mit drin. Ähm, Massikabbel ist, glaube ich, auch noch, genau. Ähm, ja, Dirt muss ich halt machen, Gras muss ich machen, Sand. Also, ich musste ziemlich jede neue, also jede Connected Texture neu machen. Ähm, Potsohl ist noch mit dabei, das habe ich ja gemacht. Und hier auch Gravel, Concrete Powder für alle 16 Farben, das wird ja richtig ätzend. Für die Betten muss ich auch neue machen. Ich werde es jetzt erstmal so lassen. Und, ja, also ich darf das Pack jetzt veröffentlichen, endlich, nach übelst langer Arbeit. Und das, was noch fehlt, ähm, muss ich halt noch machen. Hier auch vom Endportal zum Beispiel muss ich noch das machen. Und so weiter und so fort. Ich kann es nochmal durchgehen. Also einmal Concrete Powder, die Bricks, die CTM, den Cut Sandstone, ähm, also Cut Sandstone, der bei FWIP sieht halt aus wie Bricks, ist eigentlich der hier. Dann die Spruce Trap Door, muss ich mal gucken. Dieser 3D durch das Vanilla Tweaks Pack, ob wir da noch Connected Texture hin oder her. Dann die Paintings muss ich noch, oder will ich noch ein paar machen. Ich habe jetzt wieder die Standardbilder, hier seht ihr es. Außer denen, die ich schon gemacht habe, eben einmal das hier und das hier. Ähm, ja, ich habe jetzt kein Fabric dabei, deswegen haben die keinen transparenten Hintergrund mehr. Ähm, ja, leider. Dann, was fehlt noch? Endstone, Purpur. Die Pflanzen alle, also mit Pflanzen meine ich nicht nur die Blumen, sondern auch die Crops. Einmal für Karotten, für Weizen, vielleicht noch für diese Stamps. Da hat ja in Germsie Boys Pack ist, glaube ich, so ein richtig geiler Stamm von so einer Pflanze, der dann so einmal oben rüber geht. Ähm, beim Smithing Table, ja, das war so eine Sache. Ihr kennt ihn ja alle, den Smithing Table, der jetzt in der N16 endlich mal eine Benutzung bekommt. Der hat ja dieses rötliche Holz hier, so braun-rot. Und ich bin am überlegen, ob ich das Crimson Holz in der Holzfarbe wie der hier mache. Ähm, aber ich will jetzt, wenn die N16 rauskommt, können wir jetzt gleich auch noch drüber sprechen, will ich das erstmal alles Vanilla-mäßig spielen. Ohne Texture Pack. Also ich will nicht von Anfang an die Texturen von den neuen Sachen verändern. Ich will mal mit denen spielen und dann vielleicht, wenn ich da mal ein, zwei Wochen drin gespielt habe, gefallen mir die auch, weil Stand aktuell finde ich diese Holzsorten echt hässlich und haben für mich keinen Nutzen. Vielleicht denke ich mir aber dann nach ein bisschen Spielerfahrung, ja, doch, kann man eigentlich so lassen. Dann lasse ich es so. Und ich habe ja auch noch mein Nether Tweaks Pack, was schon veröffentlicht ist, ähm, mit dem Spruce Campfire und so weiter. Da muss ich ja mal gucken, ob ich das übernehmen soll oder ob man es zusätzlich noch dazu nimmt, zu der ganzen Packliste, die man dann ja jetzt hier auswählen muss. Ich kann es nochmal zeigen. Das war dann einmal von unten angefangen. Ah, ich mache immer ein Musikpack. Ich nehme jetzt mal Minecraft Dungeon Sounds. Dann das Dramatic Skies Pack, das Additional Elytra Pack, das Xizuma Void Vanilla Edit Pack und dann eben noch meins. Das ist jetzt ganz unten. So. Und da wird dann halt noch das Nether Tweaks Pack reinkommen. Je nachdem. Und ja, also zum Plan, der Server wurde jetzt gerade auf eine neue Hardware gemacht. Das heißt, dass halt, dass es jetzt erstmal wieder flüssiger läuft. Das muss man alle paar Wochen machen, weil der PC läuft halt 24-7 durch bei denen und den muss man mal runterfahren und wechseln und dann passt das. Und das machen wir jetzt gerade. Und dann können wir morgen richtig entspannt in die 1.16 starten. Ich habe vor, den heute Abend zu stoppen. Ich werde also, ich denke, heute Abend spielen wir noch mal ganz ordentlich eine Runde und dann fahre ich ihn runter. Dann, wenn ich morgen um drei aus der Schule komme oder halb vier, gucke ich, dass ich die 1.16 draufkriege, den Nether Resetted kriege. Wenn ihr wollt, dass ich bei euch den Nether resette, dann schreibt es mir noch in die Kommentare oder auf Discord. Dann kann ich das bei euch auch machen. Und dann sollt der, wenn es gut läuft, morgen um vier laufen. Wenn es schlecht läuft, läuft er morgen gar nicht. Aber das schauen wir dann. Ich denke, das wird reibungslos funktionieren und ich werde den relativ schnell wieder zum Laufen kriegen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein, was ich hier euch noch erzählen könnte in diesem kleinen Infovideo. Ja, also auf jeden Fall noch mal fettes Dankeschön hier an Shadow für die Flowerpods erstmal mit den Pilzen drinne und natürlich für die ganzen Waffen. Er hat die Nahkampfwaffen erstellt, die Hammer, die Flail hier, Sun's Grace, die Pickaxe, guckt mal, schaut euch die mal an. Die hat sogar so 3D-Pixel. Also wenn ich hier so gucke, dann ist das oben dünner. Wisst ihr, was ich meine? Am geilsten, muss ich ehrlich sagen, für die Stencers Sword, also Tenserschwert auf Deutsch, da hat er einfach dran gedacht, dass der Griff dicker ist als die Klinge. Das ist im Spiel noch nicht mal so, glaube ich zumindest. Also, what the heck? Das sieht einfach nur übelst geil aus, auch wie die hinten halt durch die Hand durchguckt, auch in der linken Hand und First Person ist halt so. So, ich habe die ganzen Bögen erstellt, die ganzen Crossbows, jeden einzelnen. Und die verbliebenen Models gemacht, hier für die Sicheln zum Beispiel. Da gibt es ja auch, die hat man ja immer in beiden Händen. Wenn ich noch mal überlegen, zum Beispiel bei den Frost, Thanks of Frost heißen die, da hält man ja einen in der rechten Hand und der in der linken Hand, der guckt nach hinten. Also, da ist die Klinge nicht vorne, sondern hinten. Ich will sich noch mal überlegen, ob ich das vielleicht noch machen soll. Müssen wir mal schauen. Was habe ich noch gemacht? Ja, hier die ganzen, für die Schwerter, die ja Schwerter, Shadow noch, das Broad Sword, glaube ich auch. Ja, das Sword hat er auch gemacht. Ich habe es halt faul gemacht. Ich habe, also bei Shadows Modell, müsst ihr euch das so vorstellen, da besteht es aus ganz vielen kleinen Würfelchen. Also, jeder Pixel ist ein Würfel, den man extra dahin basteln muss. Als würde man so einen Block aufeinander placen. Und mein Schwert, ich nehme jetzt einfach mal den Truthseeker, das ist einfach nur eine fette Fläche, so wie ein normales Minecraft-Item halt auch. Das ist ja, das steht ja nicht aus mehreren Würfeln, sondern ist ein Viereck, was man in der Hand hält, das halt transparent ist, deswegen kann man durchschauen. So müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen. Und ich habe halt nur die Textur auf dieses eine Viereck geklatscht und Shadow ist halt hingegangen und hat für jedes einzelne Würfelchen da die Textur draufgelegt und es war halt übelst viel Aufwand. Aber ja, jetzt ist es erstmal fertig. Auch hier die Gleaves. Also, Leute, Tensor-Schwert und dieser Gravebane. Das sind meine absoluten Lieblingswaffen. Guckt euch dieses Ding an. Das ist einfach nur mächtig. Die Speere hier, die sind auch nicht bad, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, ich benutze die Speere nie in Minecraft-Dungeons, aber sie sehen geil aus. Auch hier Firebrand. Das sind auch normale Dia-Schwerter, die Speere. Die Äxte sind alles Dia-Äxte. Da bin ich noch am Schauen. 1.16 wird ja erstmal kein Optifine haben, dann wird es eh alles nicht klappen hier. Ob wir es dann zu Netherite machen, dass man Netherite Sachen umbenennen muss. Da muss ich dann mal gucken. Auch hier die Hammer. Guckt euch diesen Hammer an. Kaboom. Ist auch ein Dia-Schwert. Die Pickaxe kann man ein Schwert umbenennen für den Damage oder eine Dia-Pickaxe für eine geile Pickaxe, die dann auch noch funktioniert als Pickaxe. Dann hier die Scythe. Also einmal die Frost-Scythe. Die kann man, wenn man sie in der linken Hand hat, wird sie auf dem Rücken dargestellt. Funktioniert sogar beim Sneaken. Finde ich mega cool. Und auch die Jailer-Scythe. Wenn man die auf dem Rücken hat, dann ist sie quasi in die andere Richtung. Klinge. Ja, aber das wäre es erstmal soweit dazu gewesen. Ich werde dann nochmal ausführlicher was zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich gehe stark davon aus, dass es in der N16 sein wird. Ja, dann haut rein, würde ich sagen. Und ciao, Leute.